sorry ganz kurz kennst du dich ein bisschen aus ich suche das paulana zelt perfekt danke dir hast mich gerettet habe ich schon die ganze zeit gesucht also einfach in die richtung vor und rechts okay alles klar nein dann kannst du mich loslassen weil ich jetzt ich muss jetzt mal meine freunde waren da schon nein also ich muss jetzt wirklich gehen deswegen sorry war sehr nett von dir weiß ich schätze dass du mir das gesagt hat ja ich muss jetzt wirklich zum paulana zelt ist ja nicht mein problem bitte lass mich los ich weiß das erst zu schätzen aber okay ich will einfach zum paulana zelt willst du geld ich habe ich ja so ein bisschen aus hier schon die ganze zeit hier rum ich suchte in der linke platz ja da lang also muss im prinzip gerade links und dann ganz unten ach so ne weil in die richtung bin ich gerade gelaufen da wurde mir gesagt da lang ganz ganz kurz einmal ist nur wichtig samuel grüß dich na wie ist es ganz kurz auch ganz ruhig ja ganz kurz ja ganz kurz ja naja ich suche gerade hier den den linke platz ja da war ich ja letzte woche erst beim wein vertesten richtig warte mal ganz kurz ja sorry ja da gehen wir warte ne ne wie kann ich dir weiterhelfen willst du was verkaufen oder samuel ich werde gerade angesprochen ne warte mal kurz sorry ja also einmal geradeaus nein 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 das wollte ich euch fragen so wollt ihr verkauft ihr was oder ich habe leider keine zeit ich will nichts kaufen okay danke ich will nichts kaufen ne sorry ich wollte gerade extrem aufgreifen wie bitte ich wollte nur dir nein weil ich gerade telefoniere ich will nichts kaufen okay danke ihnen so sammeln jetzt bin ich gestört also was ich dir sagen wollte was kannst du so nicht machen achso ne warte mal ganz kurz sorry ja also einfach so ne also wie kann ich euch weiterhelfen sorry meine ich spreche mich gerade nicht an ja die sind gerade so ein bisschen flirty unterwegs ich werde hier wieder angeflirtet gerade du kennst das ja ne ich bin alleine ja ja ne du ja ich habe mich gerade so befreien können von denen ich habe eine Frage jetzt bist du so weit weg ähm du hast eine Frage genau wie schützt du dich im internet vor cyber gangstern die dich attackieren wollen gar nicht keine ahnung ich habe davon keine ahnung siehst du und das ist das problem du hast keine ahnung aber die gefahr ist da und da kommt NordVPN ins spiel ich sehe das immer auf den typ als werbung kann ich dir ganz leicht sagen NordVPN versteckt deine IP-Adresse und dadurch können Hacker nicht sehen wo du dich im internet auffällst außerdem haben sie einen integrierten Passwort Manager der all deine Passwörter schützt was du wissen musst ich bin selbst Hacker ich checke seit ich vier bin und während wir hier sitzen werden deine persönlichen Daten auf meinem Smartphone übertragen das war gar kein Problem weil ich habe direkt gesehen dass du nicht gestützt bist äh wo siehst du das auf deiner Smartphone? das sehe ich hier ja ok jetzt kommt aber die Sache wenn du willst kannst du noch schnell NordVPN abschließen hier unten in der Beschreibung ist übrigens ein Link wenn du ein Zwei-Jahres-Ziel abschließt dann kommst du vier Monate umsonst ja ich überleg dir das mach das ok danke ne NordVPN ok schönen Dank NordVPN Hallo ich habe eine Frage ich suche den Limbecker Platz ich kann nicht sprechen sorry ich habe eine Frage ich suche den Limbecker Platz du willst zu tanzen? nein nein sorry aber du kennst mich nicht oder? ne wir machen Street Comedy auf Youtube das war auf jeden Fall sehr lustig ist es ok wenn du mit dabei bist? alles klar guten Hunger noch ciao alles gut alles gut wie geht's dir? Tiktok ja Tiktok ja können wir machen wir haben nur ein lustiges Video für Youtube ich acte wie ein NPC von einem Videogame ok das ist der Channel ok vielen Dank bei du hast uns auch dann an Limbecker Platz gefragt wollt ihr Drogen verkaufen oder was? ich habe nichts damit zu tun ok? ich bin anständig also ok ich will einfach ganz normal sorry man ganz kurz ich mach das kurz noch hier weiter ansonsten ruf mal bitte die Polizei wenn ich mich in einer Minute nicht melde